Wir haben die Führung! Erledigt und erledigt! Feindliche Granate! Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen! Wir zocken mal COD Cold War, ein paar Runden Team Deathmatch, so 2 oder 3, mal gucken, so lange wie halt eine Runde geht, mal gucken. Und ja, vielleicht gelingt uns ja der ein oder andere so schöner Abschluss. Vielleicht kriegt man auch die ganze Zeit nur auf die Fresse, kann natürlich alles passieren, werden wir aber sehen. Sollte dieses passieren, werden wir wohl oder übel mit Heuern anfangen müssen. Na, mal sehen, ob wir das neu hinkriegen. So, hier sprinten, das, das. Wow, wow, wow! Geht ja schon wieder super los hier! Ihr Schweine! Alter! Ja, wir müssen erstmal richtig warm werden, das geht hier gar nicht. Oh, verdammt! Hier war etwas für ein Arsch, aber nur etwas. Ah, verdammte Kacke! Oh, verdammte Kacke! Oh, verdammte Kacke! Oh, verdammte Kacke! Ich hau ich mir das Ding noch selber auf'n Wands. nein verdammte kacke ich hab gedacht da ist mir tot gewesen ich hab gedacht da war mit tot so ne scheisse kommando schickt mir ein spionageflugzeug werfe betäubungsgranate oh kommt er dahinter oh man betäubungsgranate geworfen na wo ist denn der feind? wo ist denn der feind? kann ja nicht wahr sein hier ach verdammte kacke stürmer was ist los mit dir? werden die es überhaupt erlaubt auf uns zu schießen? mhm ziel eliminiert treibungskanal vor allem kacke ok denkste dir so du Pissnäge Alter, jetzt kam ich mit der Maus nicht nachher, verdammte Scheiße. Ich habe sie da eigentlich schon recht schnell eingestellt. Ich muss halt auch immer erst mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob ich die Belegung so lasse. Werfe Betäubungsgranate. Oh Mann, warum kommt der denn erst so? So spät. Ach, jetzt habe ich nicht so hochgeguckt. Oh Mann. Ach, der hängt dort hinten in der Ecke. Scheiße. Naja, ich habe ihn so spät gesehen. Ich bin so. 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 Ach mal von hinten. Alter, die gehen mir so auf die Ketten. Haben sie schlau gemacht. Kann man nichts sagen. tanken, oder? Nichts ok. Recht Mikrofon ausgeschaltet. Stehe da immer noch einer. Oh mein Gott. Ey. ja das sind meine ersten runden ich muss immer wach werden wo wer ab von oben scheiße ach ja ja scheiße man ich denke euch an die verkackten rubschrauber gibt es einen der nicht streifen geschaffen gar nichts kommandos schick mir ein spionage flugzeug wow 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 hör doch auf damit wir haben ja nicht gewettet oh erschreckt mich schon ich so was ist los mit dir kämpft ärter was sind denn das für campers ich muss mich ja doch wirklich erstmal an diese neue maus gewöhnen feindliches spionage flugzeug über euch in position ich hatte die ganze zeit des gespitzen aufs vergessen einzusetzen ich bin so dumm ich habe jetzt gerade gar nicht so aufgepasst wirklich hab dann bloß den schatten gesehen und wollte schießen verdammt die kacke naja aller anfang ist schwer aller anfang ist schwer ich musste seit mal wieder auf das socken ich sock das halt zu wenig deswegen geht halt auch irgendwann mal das komplette aimflöten was haben wir denn hier Echelon das ist da wieder was neu ist oder das ist doch wieder ne neue also ich kenne die nicht also ach komm wir nehmen die einfach mal ich hab keine ahnung wir testen sie einfach mal vielleicht ist sie ja schön oder kenne ich die doch ich hab keine ahnung was nehmen wir denn mal für ne waffe ne die hat man doch gerade oder hat man die jetzt gerade oder hat man die weiter oben ach scheiß egal wir können ja zur nüt immer noch wechseln doch da du du hörst du ja wässt du du w administrations du Was ist das? Von 1984 hier. Okay, da warst du. Wir waren schon da. Wir waren schon 1984. Ich glaube minus zwei Jahre. Verdammte Scheisse. Wir verlieren. Boah, Alter. Hey, komm, Mann! Scheisse. Aber ich glaube, die sagten mir was die. Ich weiß nicht, ob ich meine Maus für das Game zu schnell eingestellt habe. Oder ob das so in Ordnung ist. Das ist halt wie gesagt, wenn man halt immer eine neue Maus hat oder so. Dann muss man halt erstmal, oder es geht mir zumindest so, ich muss dann halt erstmal mit der Maus klarkommen. Okay. 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 Good to have it! That was so cool, guys, man. Okay. Let's go, Mann! Oh, Mann! Ach, meine Näherungsmine hatte ich doch auch gehabt. Die habe ich vorhin auch kein einziges Mal eingesetzt. Hier trampe doch irgendwo was rum. Alter, ich habe die ganze Zeit hier was rum trampe gehört. Da guckst du erst mal, wie sie einen Bruder nachts um drei bei den Schweiß, wo es herkommt. Wo? Genau wie jetzt, erst mal falsch in die falsche Richtung geguckt. Schade, schade, schade. Alter, aber ich verziehe auch wirklich ganz schön. Ja, das ist, naja egal. Waaaiiii atatua. Gefechtsbogen einsatzbereit. Feindliche Vorräte sind in der Luft. Spionageflugzeug in der Luft, Zeitpositionen werden übermittelt. Spionageflugzeug zur Hälfte abgelaufen. Hier muss doch irgendwo einer rumvegetieren oder? Wow, wow, wow! Scheiße! Das hat man davon, wenn man nicht gucken tut. Sehr schön. Zwei Leute mit einem hat es da oben weggewixt. Oh nö! Da ist der Feind. Alter, renn doch nicht weg! Bleib doch hier! Oh, das gibt es doch gar nicht. Ah, kommst du da raus und kriegst den Flashbomb once. Oh mein Gott, ey! Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Ich kenn die Map ja, also ich hab sie schon ein oder zwei mal gezockt. Fack auf, Alter. Ah, steht da unten wirklich noch einer rum? Mein Gott, ich geh kaputt. Ah, ein paar. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet. Mehr Erwuchs-Mine aus. Gibt's doch nicht. Feindlicher Kampfhubschrauber über euch. Hahaha. Wollte mich umgreisen, das kleine Wiesel. Boah, da steht nur noch einer. Ey. Ich bleib jedes Mal mit dieser scheiß Maus irgendwie hängen. Ja, das ist nicht doof gewesen. Ich hab auch so sie in die 5 gedrückt. Feindliche Vorräte unterwegs. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Die campen aber auch da drin, das ist Wahnsinn. Ach, scheiße. Die campen auch da drin, als ob's da drin irgendwas sonst gibt. Oh, da kommt der nächste rum. Oh mein Gott, Alter. Wo kommen denn die verschissen alle nochmal her, ey? Das ist ja so Wahnsinn. Es ist echt schön, dass wir das so geübt haben. Feindliches Geschütz im Einsatz für ihn entdeckt. Woa. Feindliches Geschütz feuert. Ja, das haben wir doch locker wieder verloren. Ich mein, ich bin schon komplett kacke, gill. Feindliche Vorräte. Bestätigt. Bestätigt. Okay, lass uns sein. Scheißegal, das hätten wir sowieso verloren. Hallo Operator, zurück zur Basis. Ja, ja, trotzdem. Wir haben hier noch eine Schlacht. 18 zu 18. Ja, gut. Reicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine Mapper, die ich nicht... ...unbedingt zocken muss. Ist halt keine tolle Map. Was? Wow, wow, wow. Hier steht doch gerade irgendwas auf Russisch oder keine Ahnung. Warum steht denn hier irgendwas auf Russisch da? Und was sind das hier für Sofortbelohnungen? Wo kriege ich die her? Gar nicht, oder? Drive in, die sagten wir auch gerade gar nichts. Nuke down ist aber auch ganz lustig. Wir versuchen aber dieses Drive, Drive, You oder Drive in oder was da da steht. keine Ahnung, irgendwas mit Thrive. Mal sehen, Nuketown ist eigentlich auch ganz lustig, aber das ist ja, wie die da immer rumcampen. Gut, das hast du irgendwo bei jeder Map. Hier krieg ich das immer mit den Puppen nicht geschissen. Ich schieße immer selbst auf die Puppen. Hier nehmen wir einfach mal die hier. Das kann doch nur um die Häuser gehen, oder? Verdammte Scheiße, die kamen wieder zurück. Wow, wow, Scheiße, warum renne ich auch so vor, wenn ich noch voll am Nachladen bin. Das hab ich mir jetzt selbst verkackt. Ah, verdammte Scheiße. Missionszeit abgelaufen. Spionageflugzeug verlässt das Einsatz. Oh, Scheiße, ich komm jetzt mal weg. Ja, ich merk's gerade hier auf meinen FPS gehen. Und hier komplett in den Keller. Wow, von hinten. Ah, Scheiße. Verdammte Kacke. Ja, wieder ne Puppe. Ziel ausgeschaltet. Wo, 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 wo. Reißt dich gesammt. Ah, jetzt hab ich wieder so packt verzogen. Oh, Mann ey. Immer und immer wieder. Denkst du dir so? Tötet mich einfach durch die Wand, die Leute. Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Wow! Ja, ich merk's halt, gell, meine FPS, die gehen hier wirklich richtig gut im Keller. Aha, es hat Gnall gemacht. Ich seh wirklich manches hier einfach nur wirklich so richtig in ruckelnder Zeit, das ist richtig kacke. Ah, Mann, scheiße. Aua, ich bin betäubt. Ah, fuck, ich musste nachladen. Glaub ich zumindest. Es sah zumindest so aus, so aus nach oben bin ich. Briss die Scheiße. Wow, fuck off, da hab ich das nicht aufgepasst. Kommando, trägt ein Spionageflugzeug. Wow, 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 wow. Der Spionageflugzeug ist bei 50%. Feindliche Spionageflugzeug. Scheiße, Mann. Wo, hä? Ach, der liegt dort unten im Gemüse. Warte. Ja, wo, 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 wo? Boah, da kommt doch ein Nächster da raus, geschissen, ey. Im Lagebericht. Feindlicher Kampfhubsraum war über euch. Ey, ja, da gehen wir uns bestecken, oder? Alles, Alter. Auf, 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 auf. Alles. Okay. Åh. Seinlichem Abfallvergriff im Anflug. Feindliche Vorhrebungen, von der Bein. Griss die Scheiße! Vaddam! Ich glaube, ich war kaputt. Deutsche Spacke, scheiße. Achso, es ist schon gut. Wow, verdammte Scheiße, bin ich doof. Oh, wer? Ach und auch, kein Wunder. Wie könnte mich jetzt nicht jemand sehen? Das wird noch mal eine ganz enge Kiste. Boah, ich krieg den Staun. Boah, haben wir jetzt auch Schwein gehabt, oder? Ich hab den eine Säde letztlich mehr down gekriegt. Scheiße. Wie stehen wir da unten? Wir stehen ganz oben. 30, 22. Ja gut, wir haben in der ersten Runde gleich gut hier. 4 oder 5. Ja, hier 4 und den da hinten, den hat man glaube ich auch noch. Na, die Runde war dann mal ganz in Ordnung, finde ich. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Lasst sehr gerne ein Abo da, ein Daumen nach oben da und ein Kommentar da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye, bye. Bis dann.